Okay. Oh Gott. Das hört sich böse an. Sie erwähnten... Okay. Ich werde tun, was ich... Tun Sie nicht so, als würden Sie mir einen Gefallen tun. Mir ist das scheißegal. Ähm, ja. Und über was? Zeit zu gehen. Bis später. Gut. Krass. Ich schaue mir trotzdem mal an. So was möchte ich nicht erleben. So was will ich nicht erleben. Das ist schon krass. Das ist krass. Das ist immer nur brutal. Aber vielleicht finde ich... Ich guck mal in die ganzen Schränke mal rein. Weil... Es könnte ja sein... Sag mal... Dieses Gebäude sieht aus wie das Krankenhaus... Von... Äh... Night of the Dead. Mit den Zombies. Wenn man ja so lange läuft... Ja. Die wissen ja kaum... Die wissen ja kaum wie man kennt. Die wissen ja kaum wie man... Die wissen ja kaum wie man... Keine Bange... die ihre versprechen entschuldbar das sind alle verbrechen wenn sie das als so schlimm okay die wissen ja kaum um die gebrot nun mal rein er sieht aus wie ein krankenhaus also wenn das wirklich auch das krankenhaus ist oh man oh man ach das böse die armen Menschen die haben es echt nicht verdient da wurde beim scheißen noch erwischt das sind wir dann noch ein kurs ich muss mal was testen hier ähm State Garden Magnum Revolver 4 Schuss aber jetzt ein aber kann ich hier irgendwas mitnehmen und das Fleisch ja kann man immer nochmal gebrauchen schmeckt bestimmt lecker und das Fell ok ich wollte ja eigentlich hier lang oder das war eine große Aula ach ja schöner Vollholztisch gefällt mir würde ich gerne mitnehmen oh lecker ja ja im ich kann ja ich finde ja auch keine medikamente auch sonst was eventuell wichtig sein könnte okay und da kam ich gut dann geht es hier wieder runter wahrscheinlich genau die armen leute bücher braucht man ja nicht lesen radio radioaktive kakerlake so ich kann mal wieder raus das ist ja wirklich oh gott ich glaube mir wird schlecht ähm da lang da allein da allein da allein da lang okay kann ich nicht meckern der räumen verkauf war auf jeden Fall kostenlos ähm ich muss in diese Richtung gehen und mal kurz auf die karte okay muss ich die Stücke laufen ich weiß nicht also wenn die die jetzt irgendwie umbringen werde ich mich ich werde die aber erschießen kurz und knapp ich werde die abknallen da hinten ist das große Massaker da hinten ist das große Massaker von Dingen okay ein alter Satellit aber da müssen wir komplett da drüber treiben wir können den Satelliten nicht unter suchen während hier wo bin ich denn in Kampf ist das gerade so blöde Spiel ich stehe da vor ich stehe da vor ja ähm nichts passiert da die Mitternachtsvorführung im Mojave noch nicht begonnen hat okay ich habe aber noch andere Aufgaben gehabt also mal gucken okay dann werde ich erstmal dahin gehen die Gefangenen retten